Durch ihre Fähigkeit zu sprechen, unterscheiden sich die Menschen von den Tieren. Nachfolgend werden wir der Vorstellung nachgehen, dass das lebendige Wort, oder besser gesagt die lebendige Sprache Gottes, auch für die Menschen erlernbar sein kann. Darum werden wir in den alten Schriften suchen, bis wir die lebendige Sprache erkannt, gedeutet und schließlich auch gelernt haben. Ein Zitat von Heraklit Für diesen Logos aber, obwohl er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen, noch sobald sie ihn vernommen. Alles geschieht nach diesem Logos, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und deutend, wie sich's damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe tun. Zitat Ende Das erinnert uns an die alte Frage, was bedeutet der Logos? Den Begriff kennen wir aus der Bibel, wo steht Johannes 1, Vers 1-5 Wieder heißt es, alles ist nach diesem Logos oder Wort geworden. Folglich sollte Logos ein außerordentlich weites Bedeutungsspektrum haben, möchte man meinen. Wir wollen aber mal annehmen, dass der Logos ganz einfach der Titel oder der Name bedeutet. Die folgenden fünf Namen sollen uns helfen, dies zu ergründen. 1. Im Anfang 2. Namen 3. Und er rief 4. In der Wüste 5. Worte So heißen die fünf Bücher Moses in Hebräisch und sie vermitteln uns folgendes. Am Anfang gab es nur Namen, denn würde das Licht gerufen, erschien das Licht auch. Es war ein Hervorrufen und nicht bloß ein Ruf. Dann aber Er rief und es wurde nichts. Sein Ruf brachte nichts hervor, als ob er in die leere Wüste gerufen hätte. Es waren nur Worte oder Rufe und keinen Namen oder das Hervorrufen mehr. Das ist auch mit Logos gemeint. Im Anfang war ein Wort wie ein Zeichen, Logos oder ein Name, denn der Ruf hat den Gerufenen hervorgebracht. Wir sagen, Gott hat die Schöpfung erschaffen. Aber was ist Gott? Was ist die Schöpfung? Auf jeden Fall sind sie beide für uns zwei Worte. Gott ist nur ein Wort, aber daraus entstanden Religionen, die wiederum nur aus Worten in ihren Schriften bestehen. Schauen wir uns mal um, so stellen wir fest, dass die Heiligen Schriften Teil unseres Lebens sind. Dazu bräuchten wir nicht religiös zu sein. Wir sind umgeben von Worten, Namen und Symbolen, die einen religiösen Ursprung haben. Aber auch unsere Zeitrechnung, unsere Traditionen, Feste und Rituale sind zum Großteil von der Religion bzw. von den Heiligen Schriften bestimmt. Gemeint sind die heutigen fünf großen Religionen und ihre Schriften, die Veden der Hindus, die Tora der Juden, die Bibel der Christen, die buddhistischen Schriften und der Koran der Muslime. Diese Religionen erzählen uns, dass es einen Gott gibt, der sich uns offenbaren will. Darum schickte er uns die Propheten und sprach durch die Schriften zu uns. Durch sie sollte der Mensch den wahren Gott erkennen und von Irrtümern befreit werden. Bis heute aber hatte keine dieser Religionen ihren Zweck erfüllen können und die erwünschte Befreiung ist immer noch nicht richtig aufgetreten. Denn wir verstehen die Heiligen Schriften nicht und meinen, dass wir als sterblicher Mensch nicht fähig wären, Gottes Wort in der Schrift zu verstehen. Bis heute wissen wir nur, dass in allen Schriften die Menschheit in einem Zustand blinder Gefangenschaft beschrieben wird, aber Gott will wieder einen Propheten schicken, der die Schriften deuten und die Menschen endgültig befreien würde. Somit betrachten wir die Heilige Schrift heute mehr oder weniger wie versiegelt und warten auf den Tag des Propheten, anstatt in den Heiligen Schriften nach der ganzen Wahrheit zu suchen. Was ist eigentlich göttlich? Genau genommen gibt es nur eine Sprache, denn die Sprache besteht aus Lauten, die der Mensch mit seinem Mund sprechen kann, bestehend aus einer Anzahl von Vokalen und Konsonanten. Es sind diese Laute, die die Sprache entstehen lassen, immer die gleichen Laute, eine andere Sprache kennen wir nicht, es sei denn die Sprache der Symbole oder die Musik, es sind aber keine Worte. Aber nicht nur die Worte Gottes in den Heiligen Schriften sind für uns rätselhaft, sondern allgemein wissen wir wenig über das Wesen der Sprache. Wir wissen nicht, warum wir sprechen können. Wir fangen gleich nach der Geburt damit an, unsere Wahrnehmungen innerlich in Worte zu verwandeln, während wir unser Bewusstsein entwickeln. Unser Bewusstsein besteht aus Worten und ganze Welten erschaffen wir durch diese Worte, das Abstrakte oder das Unsichtbare. Für uns existieren sie nur in Worten bzw. die Vergangenheit, die Zukunft oder die Gefühle. Unser Dasein ist mit den Worten eingeflochten. In unseren Köpfen laufen die Worte permanent hintereinander, die wir dann als unsere Gedanken bezeichnen. Ohne Worte würden für uns ganze Welten zusammenbrechen. Gleichwohl scheinen unsere Sprachen hauptsächlich zwecks der Kommunikation entstanden zu sein. Unsere Sprachen sind im Grunde eine Art willkürliche Kodierung der Laute, die nebeneinander ein Wort mit einer bestimmten Bedeutung bilden sollen. Jede Sprache hat ihre eigenen kodierten Laute, die wir Wörter nennen. Für uns ist ein einzelner Laut nur ein bedeutungsloser Baustein im Aufbau der Sprache und erst in Kombination mit anderen Lauten findet er eine Bedeutung. Die Sprache besteht aber aus Lauten, sie sind das Wesen der Sprache, könnte man sagen. Auf Wikipedia finden wir für den Begriff Laut die folgende Erklärung. Ein Laut ist allgemein ein Geräusch oder ein Klang, hervorgerufen durch die menschliche oder tierische Stimme. Mit Klang werden bestimmte durch elastische Körper erzeugte Schallereignisse bezeichnet. Also, der Laut ist ein Klang und letztendlich Schall. Auf Wikipedia wie folgt erklärt, Schall bezeichnet allgemein mechanische Schwingungen in einem elastischen Medium. Die Energie, welche die Schallwelle, die Schwingungen, von der Schallquelle aus weg transportiert, nennt man Schallenergie. Wie wir sehen, es bedarf eines Schallereignisses, um gar einen Laut oder einen Ton zu erzeugen. In Wikipedia wird es weiter wie folgt erklärt. Unsere Sprachlaute aus physikalischer Sicht bestehen aus Schall und physikalisch gesehen ist Schall eine als Welle fortschreitende mechanische Deformation in einem Medium. Schallschwingungen und Schallwellen gehen mit kleinen Wechselbewegungen von Teilchen des Mediums einher, in dem sich der Schall ausbreitet. Deshalb besitzen und transportieren Schallwellen kinetische Energie, also die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung enthält. Gleichzeitig kommt es zur abwechselnden Verdichtung und Verdünnung von Teilen dieses Mediums. Dadurch wird potenzielle Energie aufgenommen und abgegeben. So betrachtet sind unsere Laute letztendlich eine Energie, die in der Luft dahin fließt. Die Schallausbreitung findet aber auch im Weltall statt, nur ist die übertragene Energie wegen der geringen Dichte sehr niedrig. Ein Schallereignis könnte aber auch außerhalb eines geeigneten Mediums oder im Vakuum geschehen, nur dass da nichts ist, worauf die hervorgebrachte Schallkraft einwirken könnte, um Schwingungen zu erzeugen. Die Schallkraft wird von der Schallquelle absorbiert. Allerdings sagen die Wissenschaftler heute, dass es das Vakuum nicht gäbe. Laut Wiki Im bekannten Universum gibt es kein vollständiges Vakuum und es ist mit bekannten technischen Mitteln auch nicht erzeugbar. Demzufolge kann der Schall im gesamten Universum existieren. Nochmal Wikipedia So ganz leer ist der Weltraum nicht und so können feine Gasteilchen durchaus Schallwellen transportieren. Wir bekommen davon aber nichts mit, weil diese für das menschliche Gehör nicht hörbar sind. Man müsste sie erst mit technischen Hilfsmitteln übersetzen. Nun können wir uns auch vorstellen, dass unsere ausgesprochenen Laute schwingende Kräfte sind, die wir beim Sprechen hin und her schicken. Denken wir an Fledermäuse, die sich mittels Schallreflexion orten können. Was die Fledermäuse mit dem Schall machen, machen wir auch mit dem Licht. Wir orten uns mittels reflektierten Lichtes. Das Licht erscheint in verschiedenen Farben und der Schall in verschiedenen Klangfarben. Je nachdem, wie ihre Schwingungen beschaffen sind, zum Beispiel mit welcher Wellenlänge oder Geschwindigkeit die Energie fließt. Diese Unterschiede ändern nicht nur die Erscheinungsform der Energie, sondern auch die Art und Weise, wie sich diese Energie mit ihrer unmittelbaren Umgebung austauscht und wie sie auf ihre Umgebung wirkt. Dass Farben beim Menschen unbewusst eine bestimmte Wirkung entfalten, ist in der Farbpsychologie längst bekannt. Die Farbe Blau assoziiert die Ruhe, Rot hingegen heißt Aktion und so weiter. Aber auch mit Schall verhält es sich ähnlich. Die verschiedenen Töne und Klänge haben verschiedene Eigenschaften und wirken unterschiedlich. In der Tat, es gibt Melodien, die traurig machen oder fröhlich oder beruhigend. Es gibt die Wirkungen der verschiedenen Klangfarben, die in uns Gefühle erwecken. An und für sich ist jede Schwingung ein Schallereignis und bedenken wir, wenn es die Leere oder Vakuum im Universum nicht gibt, dann wird jede Schwingung im Grunde ein Schallereignis sein, die im Raum Schwingungen auslösen würde, wenn auch im Mikrobereich. Wie die Physik heute erklärt, selbst die Elementarteilchen der Materie sind Schwingungen. Wir leben in der Welt der Schwingungen und Schwingung löst ein Schallereignis aus. Also wir leben in einer Welt voller Schallenergie. Nun aber zurück zur Sprache, die wir jetzt als Schall und Energie betrachten und es besser verstehen, dass der Schall der Sprache als eine Kraft mitten in einem Universum aus Schwingungen viel bewegen und durchaus schöpferisch sein kann. Die Klänge sind Energie und sie haben Wirkung, ob Vogelgesang, Musik oder unsere Laute. In dem Sinne, dass alle aus kombinierten Tönen bestehen. Alle Klänge sind Schall und auch im Gehirn werden sowohl sprachliche als auch musikalische Reize in denselben Regionen verarbeitet. Musik sei die Sprache der Seele, heißt es. Denn auf eine Melodie reagieren die Menschen aus allen Kulturen und Nationen fast identisch. Denn die Musik ist Schall und Schwingung. Dieselbe Musik ist dieselbe Form von Schwingungen und wirkt von daher immer auf dieselbe Weise. So gesehen ist Musik eine universelle Sprache. Aber es sollte einst in der Tat eine universelle Sprache der Menschheit gegeben haben. Nicht nur manche Sprachforscher sind dieser Meinung, sondern auch in der Bibel wird durch eine geheimnisvolle Geschichte von einer gemeinsamen Sprache der Menschheit berichtet und darüber, wie sie verloren ging. Wir suchen diese gemeinsame Sprache und wollen diese Geschichte besser verstehen. Vorab sollten wir uns aber von unseren bisherigen Vorstellungen über Gott, Propheten und Schrift frei machen und sie einmal als Schlüsselwörter in der geheimen Sprache dieser Geschichte betrachten. Die Geschichte erzählt von der Zeit kurz nach der Sintflut. Im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis 9 steht geschrieben, Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Schienach und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, »Ans Werk! Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie!« Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, »Ans Werk! Wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden.« Dann kam Jahwe vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, »Wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, »Ans Werk! Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht.« So zerstreute Jahwe sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel. Zitat Ende. Bemerkenswert ist, dass hier die Vielfalt der Sprache als Übel für die Menschheit dargestellt wurde und die gemeinsame Sprache als eine mächtige Kraft, die die Menschen zum Bau ihres Turms und noch Größeres befähigte. Noah und seine Kindeskinder sind nach der Sintflut in einer Welt, die nicht mehr dieselbe war wie vor der Sintflut. Aber Noah lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre weiter und berichtete seinen Kindeskindern bis zehn Generationen persönlich über die Zeit, bevor die Welt böse wurde und die Sintflut kam, als alle Menschen so wie Noah zu Gott und zu den Engeln Verbindung hatten und so wie Noah fast tausend Jahre lang leben konnten. Wohingegen nach der Sintflut die Menschen keine Verbindung mehr zu Gott oder den Engeln hatten und nur noch weniger als 200 Jahre lebten. So war die Situation, als diese Geschichte begann. Noas Urenkel stehen in einer neuen Welt und mussten mit ansehen, wie die alte Welt immer mehr verschwand und vor allem, wie der Tod immer näher heranrückte. Sie kamen also zusammen und überlegten, was sie dagegen machen könnten. Zitat Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht, dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Zitat Ende Sie entschieden sich, den Himmel zu erreichen. Aber der Himmel war für diese Menschen nicht nur hoch über uns, sondern auch die Sphäre der Göttlichkeit, wo die Unsterblichen ihre Wohnstätte hatten, im Gegensatz zur Erde, der Wohnstätte der Vergänglichen. Der Turm sollte ihnen im Himmel den Zugang in die göttliche Sphäre ermöglichen. Auf diese Weise wären sie dann so wie die Götter gewesen, im Himmel nämlich. Wodurch wiederum ihren Namen bekannt geworden wären und sie wären dann auf Erde wie die Götter gewesen. Denn auf der Erde damals hatten nur die Götter einen bekannten Namen gehabt. In einer Zeit, als es noch keine Stadt, keinen König oder sonst was gab, was Rang und Namen hätte haben können. Der Turm sollte ihnen also ermöglichen, so wie die Götter zu werden. Aber auch Gott bedeutete damals für die Menschen nicht nur der Schöpfer der Welt, sondern für sie war Gott vor allem das Symbol der Unsterblichkeit, von daher die Bezeichnung Yahweh oder der Lebendige. Wie der Lebendige bzw. Gott zu sein, bedeutete für sie, nicht sterben zu müssen. Diese Menschen hatten sich mit dem Sterben noch nicht abgefunden, wie wir heute. Sie suchten das ewige Leben, so wie wir heute mit dem Geldverdienen beschäftigt sind. Aber sie wählten den falschen Weg, als sie sich für den Turmbau entschieden. Denn dabei haben sie ihren Glauben und ihr Vertrauen auf das Werk ihrer Hände gesetzt. Sie wollten Gott sein, aber haben es übersehen, dass Gott ohne einen Turm im Himmel war und dass Gott befiehlt und es wird geschehen. Das macht das Göttliche aus. Sie haben sich geirrt und auf ihrem falschen Weg gingen sie dann auch weiter. Zitat Anscheinend aber waren sie am Anfang zum Teil erfolgreich gewesen, weil mit dem Bau des Turmes, heißt es, sollte Gott auf der Erde erschienen sein. Aber der erschienene Gott auf Erden waren in Wahrheit die Turmerbauer, die wegen des Turmes Gott genannt worden waren. Zitat Mit dem Bau des Turmes wurden die Turmerbauer mit demselben Namen bezeichnet, der bis dahin der Name von Gott im Himmel gewesen war. Dadurch waren sie wie der Gott selbst, als ob Gott aus dem Himmel herabgestiegen wäre. Die sterblichen Turmbauer aber als den unsterblichen Gott und der Lebendige zu bezeichnen, das war die Verwirrung, die sich dann auf die anderen Namen und allmählich die ganze Sprache verbreitet hat. Der lebendige Name wurde getötet, sozusagen, denn der Lebendige war der Tote. Hinzu kam der ursprüngliche Gott im Himmel, der Lebendige. Dieser Gott hatte dann aber keinen eigenen Namen mehr gehabt und wurde deswegen mit der Bezeichnung der Gott selbst oder er selbst und schließlich der selbst bezeichnet, um ihn von den anderen neu erschienenen Göttern, quasi den Turmbauern, zu unterscheiden, wobei die Bezeichnung der selbst in ihrer Sprache der Begriff El ist. Der Begriff El wurde zum Namen für den Gott, der bis dahin der Lebendige genannt wurde. Als ob an diesem Ort ein Gott namens El erschienen wäre, haben sie diesen Ort Babel genannt, was das Tor für El bedeutet, bzw. wo El hereintrat. In Babel hat Gott die Sprache verworren, erzählt die Geschichte. Aber die Sprache kann in ihrem Wesen nicht geändert werden. Wie bereits erklärt, die Sprache entsteht durch die Kombination von bestimmten Lauten und obwohl sie je nach Sprache unterschiedlich kombiniert werden, trotzdem sind es immer wieder dieselben Klänge, die der Mensch aussprechen kann. Das ist das Wesen der Sprache und das kann sich nicht ändern. Die Verwirrung geschah durch das Vergessen dieser Tatsache. Aber in der Zeit vor der Sintflut, damals kannten die Menschen das Wesen der Sprache und wussten genau, was jeder Laut bewirkt. Beim Sprechen riefen sie die Wirkung der einzelnen Laute hervor. Das ist der Grund, warum sie damals eine gemeinsame Sprache sprachen. Weil ihre Sprache auf Basis von einzelnen Lauten aufgebaut war, dessen Bedeutung bzw. Auswirkung jeder gekannt hatte. Auf diese Weise war ihre Sprache wie die Musik, die Ton für Ton aufgebaut wird. Jeder ausgesprochene Laut rief bestimmte Effekte hervor. Insofern war es auch nicht möglich zu lügen oder den ausgesprochenen Laut wieder zu ändern, denn der Klang des Lautes, einmal ausgesprochen, hätte sich ausgewirkt und wäre nicht mehr zu bändigen. Folglich war das ausgesprochene Wort zugleich ein Zeugnis und nicht bloß eine Aussage. Da jeder Laut aber selbst wie ein Wort war, hat es in ihrer Sprache keine Worte gegeben, so wie unsere Worte, die aus willkürlicher Kombination von einigen Lauten hintereinander bestehen. Jeder Laut war ein Wort und hintereinander waren sie ein Satz. Hintereinander wurden die Laute nur für die Namen festgesetzt, aber nicht willkürlich. Denn der Name und sein Träger sollten sich gegenseitig manifestieren und den Sinn des Anderen erfüllen. Die gemeinsame Sprache war also die gezielte Auswahl der geeigneten Laute zum Hervorrufen eines bestimmten Geschehnisses. Darum ging es beim Sprechen. Die Verwirrung begann mit dem Einschleichen der Willkür in die Sprache, als die Turmbauer mit Gottes Namen genannt wurden, obwohl die sterblichen Turmbauer Manifestation für den Namen Gottes der Lebendige waren. Also, da der Namensträger bzw. der Turmbauer den Sinn seines Namens nicht erfüllt hatte, wurde der Name willkürlich für den Turmbauer festgelegt, ungeachtet der Auswirkung der Laute, die der Name trägt. Somit wurde der Name zu einer Bezeichnung, und die Wirkung des Lautes blieb dabei außer Acht. Außer Acht, außer Sinn, und schließlich war es ganz vergessen, dass die Klänge der Sprache Kräfte sind und dass sie, einmal ausgesprochen, sich auswirken und ihren Sinn erfüllen würden. Durch die willkürlich entstandenen Namen wurden die alten Namen immer mehr ersetzt, bis alle alten Namen ersetzt und die alte Sprache gänzlich vergessen wurde. Aber mit dem Verlust der alten Sprache ging auch das Wissen für den Bau des Turmes verloren, denn das Wissen besteht aus Worten, und die Worte ihres Wissens waren nur in der alten Sprache verständlich, die fast niemand mehr beherrschte. Folglich wurde der Turm nicht weiter gebaut und die Menschen gingen auseinander. So erzählt uns die Geschichte von dem Turmbau in Babel. Genau genommen aber wurden in Babel zwei Türme gebaut, der eine aus Steinen und der andere aus Worten, diese Geschichte selbst nämlich. Denn diese Geschichte hat mit ihren Worten all die Aufgaben erfüllt, die der Turm aus Steinen erfüllen sollte, nämlich seine Erbauer mit Gott zu verbinden und ihnen dadurch einen Namen zu machen. Nun, der Erzähler der Geschichte hat mit Gott Verbindung, denn er ist der Prophet und Gesandte Gottes. Zugleich machte die Geschichte diesem Propheten einen Namen, der noch heute für seine Verbindung zum Gott bekannt ist, nämlich der Prophet Mose. Somit steht die Geschichte an der Stelle des Turms von Babel. Mose hat einen unzerstörbaren Turm aus Worten gebaut, und er bezeichnete sich als Noas Nachfolger. Er steckte all das Wissen mit der lebendigen Sprache in diese Geschichten. Darum wollen wir nun die Verfasser der Geschichten besser verstehen, die wir bis jetzt als Noas Enkelkinder gekannt haben. Die Geschichte gehört zur Heiligen Schrift, und im Grunde heißt es, Gott habe diese Worte durch die Propheten gesprochen. Nun, ob Gott existiert oder ob Mose und Noah in Wahrheit jemals gelebt hatten, wissen wir nicht sicher. Kurz gesagt, wir wissen nicht, woher die Geschichten in Wahrheit stammen. Der Name Mose erscheint in der Heiligen Schrift zum ersten Mal gegenüber dem Pharao in Ägypten, über tausend Jahre nach der Sintflut. Seine erste Handlung als Prophet ist die Verhandlung mit dem Pharao um die Freilassung des Volkes Israel von der Gefangenschaft in Ägypten. Mag sein, dass Mose in Wahrheit nie gelebt hat. Die Pharaonen aber sind wahr. Mag sein, dass Noas Enkelkinder den Turm in Babel nicht bauen konnten. Die Pharaonen aber haben es geschafft, die Steine zu Pyramiden aufzutürmen und Wunderwerke zu erbauen, die ihre Namen als Gottheiten auf der Erde bekannt gemacht haben. Wie die Pyramiden gebaut wurden und was ihre Funktionen sind, wissen wir nicht. Die Forscher sind der Meinung, die Pyramiden dienten als die Verbindungsstätte zu den Göttern für die Pharaonen. Das sollte auch der Turm in Babel für die Turmbauer sein, nämlich sie zu den Göttern zu verbinden. Anscheinend haben die Könige in Ägypten genau dieses Ziel erreicht. Sie waren nämlich Gottheiten und nicht bloß Könige. Ägypten hat gut 6000 Jahre Geschichte hinter sich und die ägyptische Mythologie liefert uns eine Liste von prädynastischen Königsnamen, die am Anfang als Götter bezeichnet werden, später als Halbgötter und schließlich wurden die Könige nur noch als die Verkörperung Gottes auf der Erde bezeichnet. Der Bau der Pyramiden begann ab der Zeit dieser menschlich gewordenen Könige, die dann Pharao genannt wurden und mit denen die Ära des Pyramidenbaus vor etwa 4700 Jahren begonnen hat. Offenbar brauchten diese letzteren Könige irgendwann einiges als Hilfsmittel, um ihre Mängel an Gottheit auszugleichen, darum sind die Pyramiden gebaut worden. Die Verbindung zu Göttern bedeutete aber auch den Zugang in die Sphäre der Unsterblichkeit. Die Pharaonen sind bekannt für ihr Streben nach Unsterblichkeit und selbst ihre Körper sollten durch die Mumifizierung erhalten bleiben und sollten nicht vergehen. Der Punkt ist, dass die Pyramiden wie lebendige Beweise für die Fluchtversuche der Menschheit vor dem Tod sind, und zwar mittels Steinen und Bauwerken. Als ob die Pharaonen und die Pyramiden eine Botschaft an die Nachwelt in sich trügen, die uns sagen will, wir haben dem Tod getrotzt, wenn auch nicht ewig. Folglich können wir uns vorstellen, dass in der Geschichte vom Turmbau in Babel auch ein Körnchen Wahrheit steckt, dass die Menschen in der Tat mittels Steinen und Bauwerken dem Tod zu entkommen versuchten. Aber ihre Bauwerke scheiterten und so wie der Turm in Babel irgendwann nicht mehr weitergebaut werden konnte, so war auch in Ägypten das Bauen der Pyramiden irgendwann nicht mehr möglich. Wie es die Forscher erklären, es waren in Ägypten nur der Pharao und eine kleine Elite von Priestern, die religiöse Inhalte und das alte Wissen gekannt hatten, womit auch die Pyramiden gebaut wurden. Diese kleine Elite führte das Volk und sorgte dafür, dass die Götter das Land beschützen. Sie behielten das Wissen unter sich und später, als sie ihr Wissen in Hieroglyphen festzuhalten versucht haben, wurde die alte Sprache zu dieser Zeit längst nicht mehr im Alltag der Ägypter gesprochen und war wie ausgestorben. Denn die Hieroglyphen wurden in der alten Sprache der Ägypter verfasst, die sich im Laufe der Zeit immer mehr geändert hatte, bis sie fast gänzlich vergessen war. Sie waren nur noch für einige eingeweihte Priester zu verstehen, aber deren Zahl wurde auch immer weniger, bis es schließlich gar keinen Priester mehr gab, der die alten Texte richtig verstehen konnte. So hat der Verlust ihrer alten Sprache sowohl in Babel als auch in Ägypten zum Verlust ihres Wissens geführt. Aber diese verlorene Sprache, die soll der Prophet Mose in seine Erzählungen hineingebaut haben. Mose war ein Nachfolger Abrahams und Abraham seinerseits war ein Nachfolger Noas und zwar er allein hielt an Noas Glauben fest, nachdem Noas Enkelkinder durch Sprachverwirrung zerstreut wurden und falschen Göttern nachgingen. Wir sollten bedenken, für die Menschen in dieser frühen Zeit war die Sprache noch lebendig. Sie waren an der Schwelle zur Sprachverwirrung. Für sie war der Träger eines Namens die Verkörperung seines Namens gewesen. Also, wenn eine Statue den Namen Gott trug, dann war die Statue die Verkörperung ihres Namens und Gott selbst gewesen. Auf diese Weise waren die neu erschienenen Namen wie Gott selbst und wurden als die El-Gottheiten bezeichnet, was wie Gott selbst ausdrückte. Abraham hingegen glaubte an die neuen El-Gottheiten nicht, sondern er glaubte weiterhin, dass der wahre und sterbliche Gott im Himmel wäre, der lebendige Yahweh. Dieses Wissen gab Abraham an seine Söhne weiter und sie gaben es auch an ihre Nachkommen weiter und weiter bis zu Mose, der schließlich diese Geschichten in der lebendigen Sprache verfasst hat, um das Wissen zu bewahren. Die lebendige Sprache, wie wir bereits erfahren haben, ist Laut für Laut aufgebaut, nur die Namen bestehen aus fest zusammengesetzten Lauten. Also, die Sprache von Mose in diesen Geschichten wird ebenfalls Laut für Laut aufgebaut sein, abgesehen von Namen, die aus mehreren Lauten bestehen. Nun, wir können die Bedeutung der einzelnen Laute noch nicht erkennen, aber die Namen sind uns bekannt. Darum wollen wir nun die Namen in Moses Geschichten als uns bekannte Wörter betrachten, zwischen all den uns unbekannten Lauten. In Verbindung zu Mose fallen uns zwei Namen sofort auf, Yahweh und Israel. Diese beiden Namen werden in der Heiligen Schrift erst dann wichtig, als Mose Gott begegnete. Uns geht es hier um die Sprache. Darum wollen wir noch einmal das Wort Gott von unseren Vorstellungen freimachen und es nur als einen Begriff betrachten, der für all das Wissen steht, das zur Erkenntnis der Wahrheit führt. In seiner Begegnung mit Gott wird Mose von Gott beauftragt, Abrahams Urenkel von der Sklaverei in Ägypten zu befreien und sie aus Ägypten herauszuführen. Es sind über 1000 Jahre seit der Zeit Abrahams vergangen und der Gott Abrahams hatte immer noch keinen Namen gehabt. Aber Mose wollte nun von Gott seinen Namen wissen. Mose hatte eine Stufe des Erkennens erreicht, die ihn zum Handeln verpflichtete. Er wollte in Ägypten gegen den Pharao, den falschen Gott, auftreten und seine Erkenntnisse behaupten. Er wollte die lebendige Sprache retten, die der Pharao und seine Priester geheim hielten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 13 und 14, steht geschrieben, Zitat Ende Kurzer Einschub von mir, Das ist der Grund dafür, warum die richtige Aussprache für die vier hebräischen Konsonanten J-H-W-H des Gottesnamens nicht bekannt sind, denn der zu vermittelnde Sinn für Gottes Name wird in nur einen Namen nicht hineinpassen. Der Name kann nur ein Hinweis sein auf die Unendlichkeit der möglichen Namen. Vor allem aber in dem Ausdruck Ich bin wird das Geheimnis der lebendigen Sprache für Mose und uns offenbart. Die lebendige Sprache kann man gegenüber unserer Sprache vergleichen wie ein echtes Tier im Vergleich zu einer Puppe. Ein echtes Tier bleibt nicht teilnahmslos in der Ecke stehen und wird sein Wesen bemerkbar machen. So auch die ausgesprochenen Laute in der lebendigen Sprache. Sie führen eigenständig ihre Auswirkung aus und offenbaren dadurch ihren Sinn. Folglich ist die lebendige Sprache eine Offenbarung und nicht bloße Mitteilung, Beschreibung, Erklärung oder dergleichen. Das alles mag uns wunderlich erscheinen, die lebendige Sprache ist aber direkt mit Wunder verbunden. Darum heißt sie die Sprache Gottes. Auch Mose dachte an Wunder und machte schnell einen Versuch, nachdem ihm das Geheimnis der lebendigen Sprache durch Gottes Name Ich Bin offenbart worden war. Er überlegte dies alles auch. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1-5 steht, Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, Yahweh ist dir nicht erschienen. Da sprach Yahweh zu ihm, Was ist das in deiner Hand? Und er sprach, Ein Stab. Und er sprach, Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und Yahweh sprach zu Mose, Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stabe in seiner Hand, auf dass sie glauben, dass Yahweh dir erschienen ist. Zitat Ende Im Grunde ist das wahre Wunder hier die Geschichte selbst, die seit tausenden von Jahren die Welt erobert und als Wort Gottes bezeichnet wird und vor unseren Augen so wie ein Wunder lebendig geblieben ist. In der Geschichte vollbringt Gott die Wunder. Aber Gott symbolisiert hier das Wissen, das zur Erkenntnis führt. Durch den Namen Ich Bin wurde für Mose offenbart, was das Wesen Gottes oder die Gottheit ausmacht, nämlich die Wahrheit des Wortes oder genauer des Namens. Moses Erkenntnis war eine mächtige Kraft, die Wunder bewirkte. Darum brauchte Mose seinen Stab nicht mehr, der seine Stütze im Leben darstellte. Er wirft alles hin, was ihm als Hilfsmittel oder Sicherheit diente. Daraufhin überkamen Mose Ängste, denn er dachte an all die Gefahren und Probleme, die auftauchen könnten und die er nun ohne seine Stütze bewältigen sollte. Darum erschien eine Schlange, die all die Gefahren darstellen sollte, an die Mose gedacht hatte. Aber Yahweh ermutigte ihn, die Schlange beim Schwanz zu fassen und als Mose das tat, wurde die Schlange in seiner Hand wieder zum Stab. Die Schlange hat Mose im Grunde gezeigt, sollten im Leben Probleme auftauchen, wie diese Schlange auf dem Weg, selbst dann würde Mose seinen Stab nicht mehr brauchen, um damit die Schlange bzw. Probleme zu bewältigen. Sondern Yahweh, der Lebendige, wollte mit Mose sein mit anderen Worten, er wusste nun, wie die Worte in Erfüllung gehen und damit gerüstet sollte er nach Ägypten zum Pharao. Im zweiten Buch Moses Kapitel 3 Vers 7 bis 9 steht Und Yahweh sprach, Ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, die so drängen. Ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette vor der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Zitat Ende Hier fährt Yahweh wieder hernieder, wie er in Babel auch herabgestiegen war. In Babel war der Name El erschienen und verwirrte die Sprache. Wiederum, aber hier in Ägypten erschien der Name Yahweh und damit sollte die Sprache wieder entwirrt werden. Mose sollte das Geheimnis des Namens bzw. die Sprache Gottes an die Kinder Abrahams weitergeben, damit sie von Irrtümern befreit werden und von ihrem Elend in Ägypten entkommen konnten. In seiner Erzählung beschreibt Mose, wie die Menschen ihm gegenüber skeptisch sind und für seine Behauptungen Beweise verlangen. Deswegen erzählt Mose diese Geschichte für uns, um zu versichern, dass sein Wissen Wunder bewirken kann. Hierbei sind sein Stab und die Schlange in der Geschichte nur symbolhafte Darstellungen dafür, was alles durch sein Wissen bzw. durch seinen Gott machbar wäre. Mose beschreibt uns seine Erkenntnisse aber nicht, stattdessen nennt er nur den Namen seines Gottes, J-H-W-H. Dadurch sagt uns Mose, dass der Name Jahuh das Schlüsselwort zum Verständnis seines Wissens ist. Das heißt, wir sollten zuerst den Namen Jahuh unbedingt enträtseln, um Mose und seine lebendige Sprache verstehen zu können. In der Geschichte offenbarte Gott seinen Namen auf Hebräisch mit dem Ausdruck AHEYAH, was Ich Bin oder Ich Werde bedeutet. Wir müssen bedenken, dass die hebräische Sprache keine Präsenzform kennt, weil ein Sein in Ist-Form nicht auszusprechen ist und bereits hinüber wäre, sobald es gesagt wird, so die Erklärung. AHEYAH ist ein fließendes Sein, vom Sein zum Werden, ein sich hinausbrechendes Sein, immer auf dem Sprung, so wie die Augenblicke der Gegenwart. Aber rastlos auf dem Sprung sind auch die Elementarteilchen der Schöpfung, weil sie in Wahrheit nur Schwingungen sind. Und eine Schwingung ist auch wie ein Sprung, wie ein Hinausbrechen, nochmal und wieder nochmal, so dass aus ihrem rastlosen Hin und Her eine Schwingung in Erscheinung kommt, die der Ursprung aller anderen Erscheinungen in der Schöpfung ist, also eine Urschwingung, könnte man sagen. Diese Urschwingungen aber haben die Menschen in alten Zeiten als Gotteswille bezeichnet. Für sie war die Schöpfung ein einziges Dasein und Gegenwart Gottes und trug von daher den Willen Gottes immer und überall in sich. Der Punkt dabei ist, dass die Menschen damals auch das Unsichtbare um sich herum als die Gegenwart Gottes betrachteten. Für sie war das, was wir Luft nennen, die Seele oder die schöpferischen Kräfte Gottes, die sie einatmeten. Und in jedem Atemzug war das der Wille Gottes, der ihnen die Lebenskraft gab. Nun, wie gesagt, was sie als Gottes Wille bezeichneten, nennen wir heute Urschwingung. Laut der Wissenschaft besteht alles aus Urschwingungen, die in der Schöpfung überall vorhanden sind. Folglich können wir uns die Luft und den Sauerstoff auch als Urschwingungen vorstellen, aus denen sie bestehen. Dann würde nicht mehr der Sauerstoff die Quelle unseres Lebens sein, sondern die Urschwingungen im Sauerstoff, den wir einatmen. So betrachtet können wir uns dann auch vorstellen, was damals als Gottes Stimme bezeichnet wurde, nämlich der Klang der Urschwingungen beim Atmen. Denn die Schwingungen erzeugen Schall und da sie Urschwingungen sind, können sie alle Klänge erzeugen, also auch Klänge, um zu kommunizieren. Diese Klänge erkennen und verstehen zu können, wurde als das Hören der Stimme Gottes bezeichnet. Mose beschreibt diesen Zustand in seiner Geschichte genauer. Es steht im zweiten Buch Moses, Kapitel 3, Vers 2 bis 4, Da erschien ihm der Engel Jahus in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Dies ist eigentlich ein Hinweis an uns. Mose sagt damit, gebt gut Acht, das hier ist sehr wichtig. Nun, hier steht der brennende Busch für Mose selbst. Dabei ist das Brennen ein Gleichnis für das Atmen, denn das Feuer verbraucht die Luft, um am Leben zu bleiben, so wie es auch beim Atmen der Fall ist. Und die Stimme aus dem brennenden Busch symbolisiert die Stimme, die Mose während des Atmens in sich selbst hörte. Er lässt die Stimme aber aus dem Busch heraus sprechen, um zu vermitteln, dass die Stimme ein sich bewusstes selbstständiges Wesen ist, das unabhängig von ihm existiert. Also, fassen wir zusammen. Mose hörte während des Atmens die Klänge der Urschwingungen in sich und er konnte sie als lebendige Sprache deuten und verstehen. Diese Stimme trägt den Namen Yahoo, J-H-W-H. Damit könnte man sie rufen oder besser gesagt herbeirufen, denn, wie wir wissen, der Name und der Namensträger sind in lebendiger Sprache ein und derselbe. Darum wird der Klang eines Namens den Namensträger zwangsläufig zum Erscheinen bringen. Das ist der Grund, warum in der alten Zeit niemand die Namen der Götter laut aussprechen durfte. Sogar besaßen viele Götter nebenbei auch Ersatznamen, oft die Namen von Tieren oder Naturphänomenen, damit ihr wahrer Name nicht fälschlich zum Gebrauch käme und ihr Wesen geschützt wäre. Welche Stellung die Namen damals einnahmen, können wir heute mit einer Handynummer vergleichen, aber einer privaten Handynummer für den Notfall, unter der ihr Besitzer ganz sicher erreichbar ist. Dadurch können wir auch besser verstehen, wieso Mose all sein Wissen nur in einem Namen Yahoo offenbarte. Auch in Ägypten sollte Mose für das Volk Israel nur den Namen Yahoo offenbaren, um sie zu befreien und in das gelobte Land führen zu können. So einfach war das alles aber anscheinend nicht, denn Mose führte das Volk Israel zwar aus Ägypten hinaus und sie suchten zwar auch 40 Jahre lang durch die Wüste nach dem gelobten Land, trotzdem aber am Ende erzählt uns Mose, dass, weil er den Namen Gottes nicht für das gesamte Volk offenbaren konnte, war das gelobte Land für sie nicht zu erreichen. Seitdem ist Gottes Name unerkannt geblieben. Davon sind uns nur die vier Konsonanten des Tetragramms JHWH bekannt. Und seitdem sind auch Moses Erzählungen nicht verstanden worden. Dabei ist das Problem seit damals bis heute dasselbe, nämlich die lebendige Sprache nicht zu kennen. Denn im Grunde atmen wir auch die Urschwingungen und sollten, so wie Mose, ihren Klang auch hören können. Was wir tatsächlich auch tun, aber wir verstehen sie nicht. In Wahrheit hören wir in uns den Klang der Urschwingungen die ganze Zeit während des Atmens, aber wir erkennen ihre Sprache nicht und wir erfassen ihre Schallsignale stattdessen in unserem Bewusstsein als Worte in unserer eigenen Sprache. Diese Worte bezeichnen wir dann als Lauf unserer Gedanken, die wir permanent in uns hören, ohne zu wissen, woher sie auftauchen und wohin sie verschwinden. Aber Mose erfasste den Klang der Urschwingungen beim Atmen als Worte in lebendiger Sprache, die für ihn die Worte oder die Stimme Gottes gewesen sind. Alle Propheten haben die lebendige Sprache gekannt. Auch Jesus kannte sie, weshalb auch er Gottes Stimme hören und Wunder bewirken konnte. Aber Jesus hat Gott als der Vater bezeichnet und dessen Stimme als der Heilige Geist. Durch solche Bezeichnungen schaffte Jesus leicht verständliche Darstellungen für alle Menschen. Zum Beispiel die Bezeichnung der Vater erweckt in allen Menschen eine gleiche Vorstellung. Dennoch, da alle diese Propheten ihre Geschichten in lebendiger Sprache erzählt haben, sind ihre Worte bis heute rätselhaft geblieben, denn wir kennen ihre Sprache nicht. Fakt ist aber, dass sie alle von einem bewussten Austausch zwischen sich und einer weisen und liebevollen Stimme aus dem Unsichtbaren berichtet haben. Jesus sagte, ich bin das A und das O. Damit bezeichnete er den Vater oder eben die Stimme, die wie ein liebevoller Vater zu ihm gesprochen hat. Er beschreibt uns damit, wie er den Vater erkannt hatte, nämlich in A und O. Ihr Klang war für Jesus der Vater. Wir können das so verstehen, dass der Vater Klang und somit Schallschwingung ist, wobei er als Schöpfer der Schöpfung zugleich eine Urschwingung sein muss. Und wenn er dazu noch das A und O ist, dann heißt das zusammengefasst, dass die Urschwingungen der Schöpfung die Laute A und O erzeugen. Was gut vorstellbar ist, denn mit seiner Aussage hat Jesus die Sprache zugleich als Gleichnis für die Entstehung der Schöpfung dargestellt. Denn als Vokale sind das A und O die schöpferische Kraft der Sprache. Ohne sie bzw. ohne Vokale können die Konsonanten nicht ausgesprochen werden. Die Vokale bzw. das A und O sind Schöpfer der Sprache, so wie Gott Schöpfer der Schöpfung ist. Darüber hinaus verrät uns Jesus durch seine Aussage auch die fehlenden Vokale im Namen Gottes, J.H.W.H., damit seine richtige Aussprache erkannt wird. Wir sollten bedenken, die Heiligen Schriften waren alle als Konsonanten hintereinander und ohne Vokale geschrieben worden. Die Vokale hatte der Leser selbst und nach seinem eigenen Ermessen und Wortschatz einsetzen müssen. Das war in alten Zeiten eine übliche Vorgehensweise beim Studium. Darum sagte Jesus auch, Vater, ich habe deinen Namen bekannt gemacht. Wobei der Satz ein Paradoxon in sich ist, denn er nennt den Namen doch nicht. Trotzdem sagte er das, weil er die fehlenden Vokale A und O im Namen Gottes offenbart hatte. Für uns heißt das, wir können nun JHWH mit A und O ergänzen und ihn zu verstehen versuchen. Im Tetragramm JHWH ist das O bereits vorhanden, denn das W wurde meistens als O oder U gelesen, denn sie alle bedeuten UND. Also lesen wir das W in JHWH mit O. Was noch fehlt, ist das A, das wir zwischen J und H einsetzen. Dann wird JHWH zu Jaho oder Jahu. Bedenken wir, da in der lebendigen Sprache der Name und der Namensträger ein und derselbe sind, soll der Name Jahu auch mit Gott ein und derselbe sein. Oder mit anderen Worten, der Name Jahu bzw. sein Klang ist die Verkörperung Gottes. Also sprechen wir den Namen laut aus und Gott wird in diesem Klang erscheinen, denn der Klang ist er. Aber wenn wir Jahu mehrmals hintereinander aussprechen und aufmerksam hinhören, dann werden wir feststellen, dass wir das Ja meist beim Einatmen aussprechen, das Hu hingegen eigentlich nur beim Ausatmen aussprechen. Oder sagen wir es so, wir würden merken, dass das Ausatmen sich wie ein Hu anhört, während das Einatmen ähnlich wie ein Ja klingt. Es scheint, als ob unser Ein- und Ausatmen ähnlich wie Ja und Hu klingen würde und auch die Verkörperung Gottes sein könnte. Wir sollten berücksichtigen, ihre Sprache war damals Hebräisch oder Aramäisch, die wir nicht kennen. Wir machen heute den Klang des Atmens vielleicht anders und mit einigen Abweichungen nach, trotzdem sind die Laute Ja und Hu als Klang des Atmens auch heute für uns zu erkennen und nachvollziehbar. Denn so ist es in lebendiger Sprache. Die Namen werden ihren Träger offenbaren, immer und für alle. Sagen wir mal so, wir nehmen beim Atmen die Urschwingungen der Schöpfung direkt auf, die im Mikrokosmos der Schwingungen und in unserem Bewusstsein so wie das A und O klingen, aber im Makrokosmos des Körpers und der Luft so wie das Ja und Hu. Die Schöpfung können wir uns wie ein Meer aus den winzigen flüchtigen Urschwingungen vorstellen, die blitzartig ein A oder ein O lauten lassen, ganz kurze flüchtige winzige A und O. Und weil diese Urschwingungen im Grunde nur der Wille zum Sprung und von daher sich bewusst sind, können sie sich auch bewusst lenken, sodass neue Schwingungsformen entstehen und sie dadurch neue Klänge erzeugen, zum Beispiel AO, OO oder AA und so weiter. Es wird unendlich viele Möglichkeiten geben, so wie in der Informatik unendlich viele Kombinationen von 0 und 1 möglich sind. Dabei werden die Worte des Programms im Computer erkannt und in 0 und 1 verwandelt, die dann als kodierte Signale kombiniert und weitergeleitet werden. So betrachtet, was die 0 und 1 für Computer sind, nämlich erkennbare Stromsignale, sind das A und O für unser Bewusstsein, aber als Schallsignale. Diese Signale werden in lebendiger Sprache erfasst, die im Bewusstsein wie das Betriebssystem eines Computers agiert. Das Betriebssystem steht als Vermittler zwischen Computer und der Außenwelt, denn es kennt als Einzige die Sprache des Computers. Auf die gleiche Art und Weise vermittelt die lebendige Sprache zwischen unserem Bewusstsein und der Schöpfung, denn sie ist die einzige Sprache, durch die das Bewusstsein mit der gesamten Schöpfung kommunizieren kann. Im Grunde sind wir wie Roboter, die mit Schallenergie statt mit Strom funktionieren. Die Schallenergie stammt aus Urschwingungen, die wir beim Atmen aufnehmen. Ihre Schallenergie treibt das Leben in uns an und ihre Schallsignale werden im Bewusstsein erkannt und als das Dasein erfasst werden. Allerdings, ohne lebendige Sprache kennt unser Bewusstsein ihre Schallsignale nicht und erfasst sie als unbekanntes Dasein. Das bekannte Dasein wiederum erkennt das Bewusstsein durch andere Art Schwingungen, die wir ebenfalls einatmen. Um genauer zu sein, es sind die Schwingungen des Lichtes, denn als Schwingung erzeugt das Licht auch Schall und Klänge, die wir beim Atmen im Bewusstsein erkennen können. Die Lichtschwingungen sind zwar elementar, aber keine Urschwingung, sondern sie sind sozusagen die nächste Ebene der Schwingung nach Urschwingungen. Somit erkennen wir beim Atmen zwei verschiedene Schwingungen. Es sind zum einen die Urschwingungen, die unser Bewusstsein als das Unbekannte in der Schöpfung erfasst. Zum anderen sind es die Lichtschwingungen, die das Bewusstsein als das Bekannte erfasst. Beim Atmen erkennen wir durch die Lichtschwingungen die Quelle des Lebens als Luft, wobei in Wahrheit die Urschwingungen beim Atmen die Quelle des Lebens sind. Das erkennen wir aber nicht, weil wir die Urschwingungen nicht mehr erkennen und sie nur unbewusst erkennen und sie entweder als unsere Gedanken erkennen oder aber sie bewusstlos und im Zustand des Schlafes erkennen. Zusammengefasst heißt das alles, wir sind in unserem Dasein nur zum Teil bewusst, mit anderen Worten, wir sind unvollkommen. Die Menschen heute können weiterhin an die Wissenschaft glauben und weiterforschen, bis sie all das Unbekannte noch Stück für Stück zum Bekannten und mithilfe ihrer Instrumente sichtbar gemacht haben. Oder aber sie würden an die heiligen Schriften glauben und mit dem Lernen beginnen, um das Unsichtbare zu hören, statt es zu sehen, zu versuchen. Wenn wir Mose und Jesus glauben, dann ist der Lebendige im Klang unseres Atmens anwesend. Um bei ihm zu sein, bräuchten wir nur das Atmen in uns horchen. Die lebendige Sprache kennen wir heute zwar nicht mehr, aber wir können uns durch unseren Willen mit Urschwingungen verständigen, weil sie auch nur der Wille zum Sprung und aus dem selben Element sind. Wir können die lebendige Sprache lernen, wenn wir das A und O in unserem Atmen horchen und uns überraschen lassen, was passieren könnte. Denn auch die Heilige Schrift will uns die lebendige Sprache offenbaren und gibt uns Hinweise. Es steht in Zephania 3 Vers 9 Dann werde ich die Sprache der Völker in eine reine Sprache umwandeln, damit sie alle den Namen Yahoo anrufen. Mit anderen Worten ruft Yahoo bzw. horcht das Atmen in euch, das wie Ja und Hu Gott in sich verkörpert. Dann werdet ihr die lebendige Sprache auch lernen können. Das bestätigt uns die Heilige Schrift immer wieder. Es steht in Offenbarung 16 Vers 15 Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der wacht und seine Gewänder bereithält, damit er nicht bloß wandle und man sehe seine Schande. Wie ein Dieb, weil er die ganze Zeit bei uns und vor unserer Nase war, aber wir haben es nicht gewusst. Damit bestätigt er uns, dass er tatsächlich beim Atmen anwesend sein wird. Nun, es liegt an uns, wir können es mal versuchen, denn sollte das wahr sein, werden wir die lebendige Sprache lernen können und das sollte uns wahrlich einen Versuch wert sein. Ja Hu was das Untertitelung des ZDF, 2020